Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zur abendlichen Bläser-Serenade. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Immerhin 3000 Bläser in Gericho war es nachher 7 und Sie wissen, was für eine verheerende Kartenjahr gerichtet haben. Das ist heute nicht zu befürchten und deswegen wünsche ich uns allen einen schönen vorletzten Abend des 32. Deutschen Freikorps-Klück-Tages. Hier, im Angesicht der katholischen Hofkirche, denke ich, im Phobetischer geht es gar nicht. Hören Sie, hören Sie an den ungarischen Tanznummer 5, es spielt die Semperhaus-Band. Das Semperhaus ist da drüben und die Band ist hier und los geht's. Das Semperhaus ist da drüben. das Semperhaus oder die Band ist hier und es gibt die Kreuz 케 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018